10 kleine Survivor-Line wollten looten gehen Einer hat sich ausgelockt und wollt nie mehr gesehen 9 kleine Survivor-Line fuhren Auto bei Nacht Der eine drückte E-Check, da waren's nur noch 8 8 kleine Survivor-Line wollten nachts losziehen Einer hatte kein Nachtsichtgerät und ist daheim geblieben 7 kleine Survivor-Line mussten dringend essen 6 hatten Fleisch dabei, nur einer hat's vergessen 6 kleine Survivor-Line wollten nach Cerno fahren Alle sind ins Auto rein, nur einer war AFK 5 kleine Survivor-Line packten ne Aas ein Einer nahm die 107, seitdem snipet er allein 4 kleine Survivor-Line benutzen Battle-Eye Einer war am Hacken, da waren's nur noch 3 3 kleine Survivor-Line gingen Spieler jagen Der eine hat den Anblick vom Blut nicht ertragen 2 kleine Survivor-Line rannten auf und ab Einer war voll fertig und nippelte dann ab 1 kleine Survivor-Line schlich um Zombies her Er bekam Panik und auch ihn gibt's jetzt nicht mehr